Als ich vor einiger Zeit von Thüringen Richtung Franken gefahren bin, musste ich durch den Frankenwald und bin in Nahthalben rausgekommen. Da war Umleitung in Nahthalben. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ich habe von der Bundeswehr 1976 in Altenstadt-Schongau den Fuzzi gekannt. Und so bin ich reingefahren und habe den Gemeindearbeiter, der mit seinem Traktor da war, gefragt, wo wohl der Fuzzi wohnt. Und so bin ich.